Mir ist noch nie jemand begegnet, der Politik so erklären kann, dass sie jeder versteht. Ich bin hier, um über Amerikas Zukunft zu reden. Gary Hart ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Erzählen Sie mir etwas über die Frau, die in Ihrem Stadthaus wohnt. Wir können uns nicht davor verstecken. Ich habe dich nur um eins gebeten. Stell mich nicht bloß. Was soll ich noch opfern, meine Privatsphäre? Wenn wir hier verlieren, können wir das Weiße Haus vergessen. Vielen Dank.